Ihr Funkgerät ist auch ausgefallen. Gennaro sagt, wir sollen im Auto warten. Gibt's den Kindern gut? Ich hab dich gefragt, was sollte denn sein? Kinder kriegen leicht Angst. Angst wovor denn? Das ist doch nur ein kleines Problem mit der Stromversorgung. Ich bin nicht gesagt, dass ich Angst hätte. Das hab ich auch nicht behauptet. Ich weiß. Ellie Settler. Alan Grant. Du bist kein Stück gealtert. Und einfach alles hier ist so... So, äh, du. Entschuldige bitte, hätte ich gewusst, hätte ich gewusst, dass du kommst. Kann ich dir was anbieten? Bierchen oder... Ähm, tja, vielleicht nicht gerade um 10 Uhr morgens, aber einen Eistee oder... Tee, ja. Tee kriegst du. Hallo? Hallo? Charlie! 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 Bring deiner Mami das Telefon, aber schnell! Bring deiner Mami das Telefon! Ich, äh, ich bin der Dinosauriermann! Okay. Charlie! Bring deiner Mami das Telefon! Charlie! 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 Die! Ich bin der Duang auf dem. Hitler! Ich bin der Duang herf. Ich bin der Das. Ich bin der Duang herf. blondes! Ich bin der Duang herf. Wie ist ihr? Ich bin der Duang herf. Kaffee. Es ist der Duang herf! Alan, rufst du von einem Handy an? Ich versteh dich nicht. Am Schluss! Am Langeweg! Hallo? Rang, Rang, Rang! Hey! Oh Gott. Hey, 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 Ian! Bleib nicht stehen! Ich häng fest! Der sitzt! Mein Fuß ist eingeklemmt! Ich hol dich sofort raus! Dad! Daddy! Na komm schon! Noch ein Stück! Dad! Tim! Tim! Nicht bewegen! Der kann uns nur sehen, wenn wir uns bewegen. Vergiss den Hut! Körg' auf! Was machen die da? Sie beziehen Posten, und zwar aus Sicherheitsgründen. Verstehen Sie? Die Jungs sind gut... Mr. Kirby, vertrauen Sie mir. Auf dieser Insel gibt es keine Sicherheit. Wir müssen unverzüglich wieder zurück ins Flugzeug. Würden Sie Ihrer Frau sagen, dass sie mit dem Krach aufhören soll? Das ist keine besonders gute Idee! Amanda? Ben! Amanda, Schatz! Dr. Grant sagt, dass das keine gute Idee ist! Was? Er sagt, dass das keine besonders gute Idee ist! Das ist keine besonders gute Idee! Was war das? Das ist ein Tyrannosaurus. Das glaube ich nicht. Das ist was Größeres. Wir müssen weg! Wir müssen sofort von hier weg! Schnell ins Flugzeug! Steigen Sie ein, aber schnell! Was ist denn los? Alle mal ins Flugzeug! Für uns ins Flugzeug! Beheiten Sie schnell! Halt! Und was ist mit dem anderen? Cooper ist ein Profi, der schafft er schon. Los, halt! Steigen Sie ein, machen Sie schon! Das ist alles in Ordnung! Na los! Na los! Paul, wir können doch nicht... Ist schon gut, schon gut! Wir kreisen über der Insel! Hilfen Sie mir, Judesky! Hey! Stopp! Was soll denn das? Das ist Cooper! Nehmt mich mit! Ich kann die Maschine nicht mehr anhalten! Oh mein Gott! Kein Saft mehr! Wir stören ab! Okay. Los! Was? Schnapp sie dir! Muss das denn sein? Was dachtest du denn? Was passiert? Ich brauche eine Probe! Konkrete Beweise! Das ist unsere Chance! Aaron! Du weißt, wir haben keine Zeit mehr! Kriegst du das hin? Natürlich kriege ich das hin! Sachte! Was ist mit den Beinen? Ja! Dann los! Sie kommunizieren miteinander! Das ist nicht gut, Aaron! Ich hab's gleich! Eigentlich! Geschafft! Nein! 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 Geschafft. Jetzt ist sie gut. Ja. Und ihr? Ja. Ja, ich mit ihnen auch. Unter vier Augen. Sprecht ihr euch häufiger? Naja, ab und zu stupst er mich an. Er macht was? Es ist dringend, Ian. Was machen sie? Sieben Minuten vor zwölf und so weiter. Äh, die Weltuntergangsruhe mag bald ablaufen, aber wie heißt es noch? Kurz vor dem ewigen Nichts ist es immer am dunkelsten. Was?